Tag 2 im Trainingslager in Belleck und der FC Augsburg legte so richtig los. Nach der Anreise am Sonntag ging es am Montagmorgen zum ersten Mal auf den Platz. Insgesamt standen zwei Einheiten auf dem Programm von Trainer Markus Weinzierl. Dabei konnte der 40-jährige Erfolgscoach auf beinahe alle seine Profis zurückgreifen. Lediglich die Langzeitverletzten Jan Moravec, Sascha Mölders und Dominik Reinhardt sind nicht mit in die Türkei geflogen. Mit an Bord waren aber dafür wieder Tim Matausch, der am Ende der Hinrunde mit einer Sprunggelenksverletzung ausgefallen ist, sowie Kapitän Paul Verhach. Er ist nach Knieproblemen wieder zurück auf dem Platz. Für beide Rekonvaleszenten ist aber vorerst nur Lauftraining angesagt. Auch Marvin Hitz durfte nach Teilriss des hinteren Kreuzbandes endlich wieder mit dem Ball trainieren. Der FCA-Schlussmann absolvierte Einzelschichten mit Torwarttrainer Zenko Miletic und auch wenn es anstrengend war, mehr Spaß als Reha macht das allemal. Für Neuzugang Pierre-Emil Heubier ist es im Gegensatz zur Rückkehrer Dongwon-Chi das erste Trainingslager mit dem FC Augsburg. Nicht verwunderlich also, dass Markus Weinzierl das ein oder andere Mal korrigierend eingreifen musste. Danach klappte es aber wie am Schnürchen, dem 19-Jährigen gelang sogar das erste Tor im FCA-Dress. Schön gemacht! Bei Schmuttelwetter in Belek arbeiteten die FCA-Profis ansonsten hochkonzentriert. Spielformen, Passen, Flanken, Torabschluss und Kondition. Der erste Tag deckte so ziemlich alles ab, was für eine erfolgreiche Rückrunde vonnöten ist. Die nächsten Tage werden hart, aber die Jungs haben nichts verlernt und sind bereit. Untertitelung des ZDF, 2020